Meine lieben, lieben Horror-Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge WhatPetHorror. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und begrüße euch natürlich zurück auf meinem Kanal. Ja, heute lesen wir weiter in unserer Vorrat-Geschichte, das war ja alles ganz dramatisch. Ich glaube, das letzte Mal haben wir aus Gründen, die uns nicht ganz bekannt sind, einen Drachen kennengelernt, der jetzt halt auch mit dabei ist und so weiter. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht sehr freundlich, denn er hat unsere Protagonisten angegriffen, glaube ich. Ich weiß es wirklich nicht mehr so genau. Wir haben ja in der Zwischenzeit auch mal in Wednesday Fail Fiction reingeguckt und so, also falls ihr die verpasst habt, dann schaut auf jeden Fall noch mal rein, denn das war auf jeden Fall eine der absoluten Highlight-Stories auf diesem Kanal, also wirklich schaut da rein. Aber wie bereits gesagt, lesen wir heute weiter in unsere Verrats-Story. Falls ihr an einem persönlichen Stalking interessiert seid, könnt ihr natürlich immer wieder gerne auf Instagram vorbeischauen und da könnt ihr mal so sehen, was ich halt so mache, wenn ich nicht gerade den Mist hier aufnehme. Ja, eure gefundenen Kackschichten könnt ihr mir gerne auf WhatPet schicken. Da freue ich mich immer wieder gerne über Privatnachrichten, aber ihr könnt mir die Storys natürlich auch aufs Message Board posten. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch auf TikTok reinschauen, da findet ihr alle Highlights von den ganzen Sachen, die wir hier schon mal gemacht haben, auch schon zur neuen Wednesday Fail Fiction und so weiter. Also ja, wenn ihr daran interessiert seid, dann schaut auch gerne mal dort vorbei. Wir starten aber jetzt jedenfalls erstmal in das nächste Kapitel und zwar Kapitel 5. Ich konnte mich noch rechtzeitig vor dem Feuer bewarben, indem ich zur Seite sprang. Wie bewirbt man sich denn auf ein Feuer? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht, naja, sie geht da so hin und so, ja, ich bin Teamplayer und keine Ahnung. Könnt ihr mir ja vielleicht erklären, wie man das macht. Ich rannte weiter weg, dann schlich ich mich von hinten an und sprang auf den Rücken des Monsters. Also nochmal ganz kurz, wir haben ja festgestellt, im letzten Kapitel, es handelt sich um einen Drachen. Ich weiß nicht, wie hoch sie springen kann, aber sie, wie, also sie ist einfach so, sie geht so hinter den Drachen. Nicht, dass der auch noch so eine, so ein, also wisst ihr, der ist ja jetzt nicht klein. Also dann springt sie so und landet auf dem Rücken. Okay, macht, macht absolut Sinn. Das Monster versuchte mich abzuschütteln und ich fiel. Ich prallte hart auf den Rücken. Für ein paar Minuten lag ich einfach nur da. Dann sprang ich auf, um meinen Freunden zu helfen. Doch ehe jemand etwas tun konnte, flog etwas zu uns. Es war ein anderer Drache her. Der Drache spiefeuer aus seinen Mund. Ich glaube, dass die guten Drachen das Feuer aus den Mund spesen. Ja, genau. Gute Drachen spesen das Feuer grundsätzlich aus den Mündern. Das macht genauso viel Sinn wie alles andere in dieser Story bereits. Außerdem, wir kennen noch so viele Drachen aus so vielen Storys. Also ich meine, dadurch, dass ich jetzt Herr der Ringe Mittelerde Fan bin, Smaug natürlich, ja. Der war jetzt nicht sonderlich nett und der hat halt sein Feuer auch aus dem Mund gespäst. Deswegen, äh, weiß jetzt nicht, ob ich das Argument oder ob ich, also ob ich das so unterstützen würde. Aber naja. Und die Bösen aus den Augen, wo ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, wie das funktionieren soll. Denn die Drachen kämpften. Als der gute Drache gewann, durften wir auf innen fliegen. Wir stiegen auf. Es ist auch, die haben gerade, das war so, das war jetzt gerade Drachenfight irgendwie. Also so voll, voll der krasse Kampf irgendwie zwischen zwei Drachen. Der eine späßt das Feuer aus seinem Mund, der andere aus den Augen und passiert zu voll viel. Und dann null Dialog, null Kontext, kein, kein Zusammenhang. Einfach, ey, let's go, lass einfach fliegen auf den Drachen jetzt. Weil das ist halt so ein klassischer Mittwochmorgen. Es war ein ehrliches Gefühl zu fliegen. Als der Drache hielt, rannten wir ohne in durch den Walde. Es war dunkel. Wir schriften durch den Walde. Überall schwirren Geister vorbei, die bei dann auf meinen zweiten Blick nur Bäume waren. Für die anderen waren die Bäume nie Geister, also musste ich mich in den Wald die ganze Zeit erschrecken. Doch wie schriften weiter durch den dunklen Wald. Viola. Ich drehte mich um. Spiritus stand vor mir. Ah, stimmt. Wir haben ja Spiritus wieder dabei. Ey, ich vergesse es jedes Mal und ich freue mich auch jedes Mal aufs Neue, wenn er wieder da ist. Also Spiritus, ähm, der Gewinner der Herzen mittlerweile auf diesem ganzen Kanal. Kann ich mir vorstellen. Was ist, fragte ich in. Ich weiß nicht. Ich rede später mit dir, ja? Antwortete Spiritus. Hat ja auch mega viel Sinn gemacht, sie anzusprechen und anzuhalten und die ganze Mission irgendwie kurz zu stoppen. Hey, Viola, was denn? Ja, nee, ich rede dann später mit dir. Also, toll. Toll ist das. Gut funktioniert das. Meinetwegen, sagte ich. Susanna guckte mich an. Was ist, fragte ich. Äh, egal, sagte Susanna. Bianca lächelte mich an. Ich erwiderte es. Dann legten wir und schlafen. Okay, also das heißt ja jetzt, dass unser Main-Character heißt Viola. Hab ich das richtig verstanden? Weil wir sind jetzt in Kapitel 5 und ich hab jetzt so das erste Mal so ein bisschen verstanden, vielleicht, wie der Main-Character heißt. Weil irgendwie die ganzen anderen Kapitel das nie richtig erwähnt wurde. Oder hab ich das einfach verpasst? Ich weiß es nicht mehr. Also, falls ihr bis jetzt noch nicht wusstet oder falls ihr vorher schon wusstet, dass sie Viola heißt, dann schreibt das gern mal. Weil dann würde ich gern wissen, wo ich irgendwas verpasst hab. Ich saß auf einem Sessel in einem lila Raum. Vor mir lag ein Tuch. Gegenüber von mir saß eine Frau, die etwas von mir zu erwarten schien. Äh, ich weiß nicht, sagte ich. Die Frau verengte, ihre Augen zu schlitzen. Ihre Zähne wurden spitz. Ich wachte auf und vor mir stand eine Frau mit spitzen Zähnen und Schlitzaugen. Es war die Frau aus meinem Traum. Das ist ja ein krasser Zufall. Das ist ja ein Spannungsbogen, den, äh, der ist, der ist nicht einholbar. Also, der ist unschlagbar. Das hab ich gerade nicht einholbar als Synonym für unschlagbar. Hab ich getan, okay. Egal, wir, wir ignorieren das. Kapitel 6, Punkt. Ich starrte sie an. Sie lächelte böse. Na, du kommst jetzt mit. Die Zeit ist gekommen. Du kommst jetzt mit, du und deine Freunde, sagte sie. Sie zog mich mit sich. Sie zog auch meine Freunde mit sich. Wir kamen an einen Platz wie im Fußballstadion. Okay, sie hat jetzt, erstens hat jetzt diese Frau, die jetzt einfach da ist, hat jetzt irgendwie drei, nee, vier, fünf. Spiritus, Viola und ihre zwei Freundinnen. Vier Teenager, nehm ich mal an. Einfach mit sich mit, also jetzt ohne irgendwie, dass wir wissen, sie hat jetzt sie nicht irgendwie verzaubert oder irgendwie gelähmt oder keine Ahnung was. Davon haben wir ja alle nichts erfahren. Das heißt, sie hat jetzt einfach so gleichzeitig vier doch relativ gesunde, starke Teenager mit sich gezogen, die jetzt keinerlei Möglichkeit hatten, sich irgendwie zu wehren oder irgendwie nichts derartiges versucht haben. Macht auf jeden Fall wieder absolut Sinn. Es macht auch absolut Sinn, dass wir jetzt in einem Fußballstadion sind. Also, ja, klar. Tausend Menschen guckten uns an, als würden sie auf uns warten. Die Frau zog mich in einen Raum mit lila Wänden, nur keiner Kugel. Du bist eine Vampirin und tretest bei den Turniers von Vampiren an und das ist das Erste. Deine Freunde sind Menschen, vier Menschen sollen dir helfen, sagte die Frau. Aber sind auch nur drei Menschen, oder nicht? Sie ist Vampir, Spiritus und die anderen zwei sind ja nur drei, nicht vier. Oder habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja, vielleicht habe ich auch jemanden vergessen. Aber wisst ihr was, meine Bindung zu diesen Charaktern ist auch wieder so, so eng, da kann das schon mal passieren. Ich saß einfach nur da, ich sagte kein Wort und starrte die Wand an. Nein, das konnte nicht sein. Sie schleppte mich auf ein Podest. Alle klatschten, ein Vampir aus der Reine der Anregenden lächelte mich an. Er hatte ein Namensschild um den Hals. Darauf stand Tizian. Meine Freunde sahen mich an. Sie kamen aus einem anderen Raum. Der Vampir, der Tizian hieß, sagte zu mir, ich habe letztes Turnier erfahren, dass ich ein Vampir ist. Dass ich ein Vampir ist. Das ist, also, ja, ich weiß nicht, warum dieser Satz mich gerade so, mich gerade so, ähm, ne? Aber das tut schon weh, das ist schon ziemlich schmerzhaft. Letztes Mal hat mein Bruder gewonnen. Er heißt Adrian, ein Vampir, der Edmund heißt, mag mich nicht. Ich schaute zu den Vampir, der den Namen Edmund trug. Eine Vampirin fragte, wie heißt du? Ich heiße Viola, sagte ich. Sie sagte etwas zu Adrian. Dann kam sie mit einem Schild mit dem Namen Viola zurück. Ein Junge, es war ein Mensch, sagte zu mir, ich bin dein dritter Helfer. Du brauchst doch vier Menschen als Helfer. Ich brachte Danke hervor. Krass, dann hat sie also tatsächlich das Problem erkannt, dass sie nur mit drei Menschen unterwegs ist. Nee, warte mal, aber sie ist doch mit drei Menschen unterwegs. Du hast doch, achso, du brauchst doch vier Menschen. Okay, gut, ja, mein Fehler. Also, sie hat tatsächlich gecheckt, dass sie nur mit drei Menschen unterwegs ist und sie noch einen vierten Menschen braucht. Das ist toll. Das heißt, wir haben jetzt, wie heißt der nochmal? Äh, hab ich schon wieder vergessen. Er hat sich nicht vorgestellt. Okay, dann wissen wir doch nicht, wer es ist. Ich dachte, er hat sich vorgestellt. Naja, okay, aber wir haben jetzt vier Menschen, die dabei sind und die unterstützen und für was auch immer da sind. Ich musste nur bei diesen Namensschildern gerade an diese, an diese roten, diese klassischen Namensschilder denken, wo dann einfach so, hi, my name is, hm, okay. Tizian zeigte, wo ich und meine Helfer schlafen konnten. In drei Wochen fängt das Turnier an, sagte er. Ich träumte von Blut, Vampire und meine Helfer. Ich wachte neben Bianca auf. Es ist halt wieder so richtig komisch, dass das jetzt auch einfach wieder akzeptiert wird. Und, also, es wird ihr gerade so erzählt, ja, übrigens, du bist irgendwie ein Vampir und so und sie ist so, ja, okay, dann, dann, äh, dann akzeptiere ich das so und hinterfrag nichts und weiß auch nicht. Und die sind jetzt auch irgendwie drei Wochen weg und keine Sau interessiert sich dafür und keiner sucht irgendwie und die machen sich auch gar keine Gedanken, was irgendwie zu Hause abgeht, wenn jetzt drei Wochen halt einfach nicht da sind, äh, auch nicht in der Schule sind und keine Ahnung. Aber wir wären ja nicht bei Wattpad, wenn das alles Sinn machen würde. Deswegen sind wir auch alle hier, deswegen sind wir auch alle auf diesem Kanal und deswegen seid ihr auch alle hier und gebt euch jede Woche diese Scheiße mit mir. Ich freue mich auf jeden Fall. Ansonsten waren das natürlich jetzt erst mit den nächsten zwei Kapitel dieser Story. Die Story geht natürlich noch weiter, also wenn ihr die anderen Teile auch noch sehen wollt, dann kommt auch gerne mal bei den nächsten Malen vorbei, wo wir diese Story weiterlesen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch, dass ihr hier reingeschaut habt und dass ihr euch das wieder mit mir gegeben habt und so weiter und so fort und hoffe natürlich, dass ihr wie gesagt auch mal bei Social Media reinschaut. Ihr könnt auch gerne mal bei den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbeischauen und beim Podcast, der ist ganz lustig und ganz amüsant und geht mal nicht um schlechte Rechtschreibung und so weiter. Also, wir reden da auch über andere Sachen. Jedenfalls schaut da überall mal vorbei, das würde mich unfassbar sehr freuen und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr noch einen schönen Restsonntag, Restmontag, Restdienstag, Restmittwoch, was auch immer, an welchem Tag auch immer ihr das guckt habt. Frohe Ostern, alles Gute zum Geburtstag, frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Und ja, wir hören uns nächste Woche bis dahin. L-G-M-E. Für ein paar Minuten lag ich einfach nur da, dann sprang ich auf und mein... Ich hab lange nicht mehr aufgenommen, scheiße. Ich wachte auf und vor mir stand eine Frau mit spitzen Sch... Mit spitzen Schänen? Okay. Ich träumte von Blut, Vampire und meine Hälfter. Hälfter, genau. Von denen auch. Vielen Dank.